Oh hallo Leute, ich hab hier wieder legendäre Überlebenden für euch 120 4er Mission, Schutzbunkel evakuieren, Anführer der Überlebenden Das ist eine 124er, auch Schutzbunker evakuieren 4er Mission Ja, ist aber ganz normale Überlebende Schutzbunker, 4 mal Schutzbunker Also, 2 mal 4 mal Schutzbunker Mission Äh, ich weiß nicht 2 mal die gleiche Mission, dann haben wir noch Ruhe immer Naja, gut Man halt durch, wenn man die haben will, aber sonst Ja, E-Vax-Mission heute nicht War mir irgendwie auch klar, weil es war gestern auch schon eine ganz... Schade eigentlich